Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Professor Leighton und die Schatulle der Pandora. Ja, wir sind hier am Dropstone Teich, sollen uns noch ein wenig umsehen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich in der letzten Folge hier schon wie wild rumgeklickt habe. Was sagt er, ein Haus am See? Hat einen ganz besonderen Reiz. Ja, das ist natürlich schön. Mit ihm haben wir doch auch schon gequatscht, ne? Ja, das war der mit dem Fischer-Rätsel. Ja, stimmt, den hatten wir. Okay, sonst ist hier nichts mehr, keine versteckten Rätsel, kein gar nichts. Das sieht auch gerade nicht so aus, als würden wir hier irgendwie weiterkommen, ne? Nach rechts geht's auch nicht, dann würde ich sagen, hauen wir einfach mal wieder ab. Oh, na sieh an, der Inspektor und den hier kennen wir noch gar nicht. Wer bist du denn? Remi. Äh, Professor, schläft der Mann da wirklich im Stehen? Der Uniform nachzuurteilen scheint ja ein Wachmann zu sein. Ob sein Arbeitgeber von seinem Nickerchen weiß? Hm, Zugangskontrolle. Zur Identifikation lösen sie dieses Rätsel. Okay, da bin ich gespannt. So, 44 Wirrungen. Oha. Drei Gummibänder und ein rote Seil liegen völlig durcheinander auf einem Haufen. Wenn man das rote Seil an beiden Enden auseinanderzieht, bildet es einen Knoten. Wie viele der Gummibänder würden dann wohl in diesem Knoten feststecken? Nicht vergessen, selbst wenn ein Gummiband momentan durch den Knoten geht, könnte es trotzdem herunterfallen, wenn du die Enden des Seils auseinanderziehst. Sowas kann ich nicht gut. Sowas kann ich echt nicht gut. In den meisten Fällen, weil ich mir, weil ich das nicht auseinanderwirren kann. Da bin ich irgendwie ein bisschen zu, weiß ich nicht, ein bisschen zu blöd zu. Okay, also wir gucken aber trotzdem mal hier. Ich muss mal eben gucken, wo das lang geht. Achso, achso, das ist tatsächlich nur das Rote. Okay, wenn wir... Dann bildet es einen Knoten. Okay, 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 so, schaue ich mir mal das Blaue an. Okay. Äh, Moment, was ist überhaupt die Frage? Wie viele der Gummibände? Achso, wie viele? Okay, eine Zahl eingeben. Okay, so, das Grüne. Also, wenn man das, wenn man das jetzt festziehen würde, das Grüne, wäre doch dann... Das Grüne wäre dann fest, weil es hier drunter her geht und hier aber drüber her. Also wäre das auf jeden Fall schon mal fest. So, wie sieht es aus mit dem Gelben? Das Gelbe? Äh, wenn man das jetzt zuziehen würde? Ich weiß es nicht. Das... das Grüne. Das Grüne würde rausfallen, oder? Aber das ist hier... sieht auch so fest verankert aus. Nicht vergessen, selbst wenn ein Gummiband momentan durch den Knoten geht, könnte es trotzdem herunterfallen. Wenn du die Enden des Seils auseinanderziehst. Jaja, da muss ich jetzt gerade überlegen, würde das Grüne runterfallen? Das hängt hier so rüber. Das ist hier nicht mehr mit dem Roten verbunden. Das ist hier mit dem Roten verbunden. Und das Gelbe? Das blaue fällt runter. Das blaue fällt runter. Und die anderen beiden stecken fest. Also, Moment. Wie viele Gummibänder würden dann feststecken? Zwei? Ich würde jetzt sagen, das blaue fällt. Und die anderen beiden stecken fest. Oh, vermutlich ist es eins, ne? Aber wir gucken erstmal, ob wir hier einen Tipp bekommen. Schau dir die Schlinge sorgfältig an. Das blaue... Oh, da wird jetzt bestimmt einiges abgezogen, oder? Von den 25 auf 22? Wow! Auf 19 sogar? Krass. Krass, krass, krass. Das blaue. Für mich fällt das blaue. Natürlich, das blaue ist überhaupt nicht damit verbunden. Was ist mit dem grünen? Fällt das grüne dann auch? Moment mal, das gelbe ist hier auch nur so eine Schlinge, ne? Das gelbe ist nur eine Schlinge. Die aber drunter und drüber geht. Ich gebe da jetzt eins ein. Ich gebe da jetzt eins ein. Ich meine... Dann wollen wir mal sehen. Was? Was? Sogar eins ist falsch? Oh ja, eine Option weniger. Hä? Ja, aber das blaue... Drei kann ja nicht sein. Oder aber null, oder was? Auf wie viel... Wow, auf 13. Geil. Das blaue kann doch nicht sein. Ach, das blaue... Jetzt sehe ich das gerade. Das blaue ist da unten so komisch. Selbst wenn ein Gummiband momentan durch den Knoten geht, könnte es trotzdem herunterfallen, wenn du die Enden des Seils auseinanderziehst. Ja, keine Ahnung. Entweder sind es jetzt null und die fallen alle runter. Oder es sind drei. Aber drei glaube ich halt nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass drei nicht sein kann. Also, dass alle Bänder drin bleiben, sonst wäre der Tipp hier ja total sinnlos. Dann sind es null und die fallen alle? Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt... Ob es schlauer ist, jetzt eine Hinweismünze zu nehmen und tatsächlich auf die richtige Lösung zu kommen. Oder ob ich jetzt wieder in Kauf nehme, weiß ich nicht, gleich irgendwie nur noch ein Pikarat zu bekommen. Ich gebe jetzt null ein. Und dann... Nun die Probe aufs Exempel. Okay. Okay. Ein Gentleman löst dir das. Also, das Grüne sah aber für mich so aus. Ja, okay. Gut entwirrt, ja total. Nicht ein einziges der Gummibänder bleibt in dem Knoten stecken. Ziehst du an den Enden des roten Seils, bleibt ein Gummiband gleich liegen und die beiden anderen hängen bloß am Seil, nicht aber am Knoten. Okay, ja gut, dass das Gelbe nur so eine Schlinge... Ne, ich habe ja gesagt, das Blaue wäre nur so eine Schlinge, ne? Das Grüne fällt echt, ja. Gut. Mann, blödes Rätsel. Eigentlich so einfach, aber, naja. Mal korrekte Antwort, Mission erfüllt. Der Mann muss ja ein echtes Rätselphänomen sein, wenn er sie sogar im Schlaf stellen kann. Nimm, nimm, nimm. Okay. So, was sagt der Inspektor? Oh, guten Tag, Inspektor Kelmi. Sieh an, sieh an. Wer kommt denn da gelaufen? Guten Tag, Herr Inspektor. Sie kommen gerade vom Anwesen der Andersons? Hm, ich weiß ja nicht, wer ihre Informanten sind, Leighton, aber sie sind ganz schön ausgefuchst. Ja, es stimmt, ich komme gerade von der Villa, aber Anderson selbst ist nicht zu Hause. Punkt Richter soll er spielen, bei einer Rinderschau oder so. Schöne Ausrede. Aus reiner Neugier, inwiefern spielt zu Anderson für ihre laufenden Ermittlungen eine Rolle? Das geht sie zwar eigentlich einen Kehricht an, aber vielleicht können sie sich ja nützlich machen. Ich hörte, dass Anderson unlängst selbst nach der Schatulle suchte, daher wollte ich ihn verhören. Aber er war nun mal ausgeflogen und sein Hofstaat konnte mir auch nicht sagen, wo er gerade steckt. Pah, ich wette, er hat nur so getan, als sei er nicht zu Hause, der älteste Trick der Welt. Hm, der ganze Weg umsonst und nicht mal einen Kaffee hat man mir angeboten. Aber wieso soll Sir Anderson sich denn für die Schatulle der Pandora interessieren? Das weiß ich auch nicht, Luke. Leider wird uns nur Sir Anderson selbst weiterhelfen können. Dann machen wir uns am besten zu dem Schauwettbewerb auf, dem Sir Anderson ja vorsitzen soll, oder? Von mir aus kann er Kühe richten, bis er schwarz wird. Ich sehe mir das sicher nicht an. Solche Veranstaltungen sind doch nur dekadente Dackelschauen für Schwerreiche. Da fällt mir ein. Es ist offensichtlich, dass sein Interesse an der Schatulle auf reiner Prunksucht beruht. Wenn Sie auf irgendwelche heißen Pferden stoßen, dann melden Sie sich bei mir, klar? Wir helfen gerne, Inspektor. Wenn Sie uns nun entschuldigen würden... Von mir aus gehen Sie. Los, Baton, komm, wir empfehlen uns auch. Jawohl, Chef, ja. Dann wollen wir uns schnell zur Bühne zurückbegeben, nicht wahr, Professor? Juhu. Ja, Luke, der Professor und Flora, die immer voll selten auftaucht, beschließen, wieder zur Schaubühne zurückzugehen. Okay, hm. Dann... Oh, wer ist er denn? Er ist aber neu. Dann hoffe ich, dass mich jetzt Rätsel erwarten, die ich auch lösen kann. Balzer. Ach, welcher Ärger. Ich wollte diese Holztafel hier zurecht sägen, aber ich hab's vermasselt. Die muss wohl auf den Sperrmüll, oder könnt ihr daraus ein lückenloses Quadrat zimmern? Nee, kann ich nicht, weil in sowas bin ich auch schlecht. Sägetrick 1. Bin ich eigentlich in allem schlecht, Leute? Manchmal hab ich das Gefühl. So. Welch merkwürdig geschnittene Holztafel. Da sich mit diesem Ding beim besten Willen nichts Vernünftiges anfangen lässt, wollen wir es in zwei Stücke sägen, die wieder zusammengefügt ein Quadrat ergeben. Achtung! Keines der Stücke darf nach dem Sägen auf die Kehrseite gewendet werden. Wo muss gesägt werden, damit unter diesen Bedingungen ein Holzquadrat entsteht? Nee, Leute. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Also zumindest jetzt fürs Erste. Das ist wahrscheinlich super leicht, ne? Also für viele von euch ist das bestimmt super leicht. Ich kann sowas gar nicht. Und deshalb, da ich gerade das schon so vermasselt habe, überlege ich, ob ich das direkt aufgebe. Das werde ich jetzt auch tun. Und, ähm... Ach, ihr wollt eine Handwerkerin? Ach, das ist eine Frau? Ach so, okay. Wollt eine Handwerkerin in Hütten keinen Gefallen tun? Nee, wollen wir nicht. So. Deshalb kommt es jetzt in Oma Enigmas Hütte. Und wir lösen es natürlich auf jeden Fall später. Ich möchte aber erstmal hier hin. Oh, schaut nur. Puh, wir haben es rechtzeitig zum Wettbewerb zurückgeschafft. Soweit wir wissen, ist Sir Anderson selbst einer der Punktrichter. Also sollten wir ihn hier irgendwo finden können, richtig? Ach so, das war Flora. Durchaus. Ich frage mich, welcher dieser Herrschaften der Mann ist, den wir suchen. Oh je, es sieht so aus, als gäbe es dort hinten fast eine Rauferei. Was dort wohl geschehen ist? Oh, hier Schlägerei, oder was? Können wir jetzt hier auch so ein bisschen rumklicken? Oder müssen wir, hoch, oder müssen wir erst die, nein, müssen wir erst die beiden Typen da anquatschen? Dann werde ich das jetzt tun. Was ist denn da los? Oh, Melk. Schau dir nur dieses filzige Fell an. Jedes Mondkalb sieht doch, dass das kein Tier aus meinem Stall ist. Irgendwas ist hier faul. Irgendwie hat meine Prachtkuh gegen dieses Mastrind ausgetauscht. Oskar. Ja und, was soll ich denn tun? Kannst du mir wenigstens zeigen, welche dieser Kühe dir gehört? Ach, und wie soll ich das bitte machen? Hä? Oh Mann, das kann ja heiter werden. Was haben Sie denn für ein Problem? Der Knabe hier meint, dass jemand seinen Prachtrind gegen ein anderes ausgetauscht hätte. Ich sag's doch, das ist nicht meine. Meine Kuh war die Schönheit vom Huf bis zu den Hörnern. Sehen Sie? Der Mann ist stur wie ein Ochse. So können wir nie mit dem Wettbewerb anfangen. Oh je, was sollen wir jetzt bloß tun? Überlassen Sie das mir. Ich finde heraus, ob hier jemand heimlich Kühe umherschiebt. Wie du meinst, Luke. Nur zu. Äh, entschuldigen Sie, gnädige Frau. Darf ich Sie was fragen? Muh. Muh. Ich muss selber lachen. Das ist dumm. Ach so. Muh. Ich kann keine Kühe nachmachen. Verzeiht es mir. Sie muhen einfach rum. Na, konntest du etwas in Erfahrung bringen? Und ob? Frei übersetzt lief unser Gespräch folgendermaßen ab. Verzeihle. Blick in die Kuhzunft. Alter, was ist denn das für dumme Witze? So. Fünf Kühe grasen hinter dem Festplatz. Zwei davon sind Wargauerrinder, die immer die... Oh nein, die immer die Wahrheit sagen. Die anderen drei sind Schwindlingerrinder, die stets lügen. Hier hörst du, was die Kühe sagen. Also, QA sagt... D ist ein Schwindlinger. Keine Frage. Nein, C ist kein Wargauer. A ist kein Schwindlinger. Ganz klar. E ist Schwindlinger, das schwöre ich. B ist auf keinen Fall ein Wargauer. Welche Kühe lügen? Tippe ihre Buchstaben an, um die Lügner mit einem X zu markieren. Alter. Ich finde die Kuh B süß. B ist ganz putzig. So. Also. Okay. Zwei davon sind die Wargauer, die immer die Wahrheit sagen. Okay. Also. D ist ein Schwindlinger. Ja gut, äh, was? D ist ein Schwindlinger. Keine Frage. Also. Der hier soll also immer lügen. Nein. Nehmen wir mal an. Wir machen das so. Nehmen wir an, dass A die Wahrheit sagt. Deshalb packe ich da jetzt mal ein W drüber. Nehmen wir an, er sagt die Wahrheit. Dann würde das bedeuten, dass der hier tatsächlich lügt. Also. Lüge. Und er sagt, B ist auf keinen Fall ein Wargauer. Und wenn der immer lügt, dann ist auch B ein Wargauer. Also sagt auch B die Wahrheit. So. B sagt, nein, C ist kein Wargauer. Damit stimmt das. Also lügt er. Und C sagt, A ist kein Schwindlinger. Ganz klar. Okay. Stimmt ja. Habe ich mich jetzt? Ich habe mich gerade irgendwo... Oh Gott, ich habe mich verguckt, ne? Bei D hier, oder? Ich habe mich gerade, ja, ich habe mich gerade leider ein bisschen vertan. Ich habe nämlich jetzt E vorgelassen. Ich glaube, ich habe mich gerade verlesen. Also. Nach wie vor sagt der die Wahrheit. Und damit. Lügt der hier. So, da muss ich doch gucken. E. E ist Schwindlinger, das schwöre ich. Okay. E ist Schwindlinger, das schwöre ich. Das stimmt ja nicht. Also wäre E der, der die Wahrheit sagt. So. B ist auf keinen Fall ein Wargauer. Das heißt, B ist auf keinen Fall ein Wargauer. Also ist B ein Lügner. Und B sagt, nein, C ist kein Wargauer. Wenn der aber immer lügt. Wenn der aber immer lügt, wäre das hier noch ein W und das passt nicht. Dann passt das nicht zusammen. Weil ja nur zwei die Wahrheit sagen. Okay. Löschen. Nehmen wir an. Der hier ist ein Lügner. Dann ist D. D ist ein Schwindlinger. Dann ist D der, der die Wahrheit sagt. So. Und D sagt, dass er ein Lügner ist. Also ist der ein Lügner. Und er sagt, B ist auf keinen Fall ein Wargauer. Und da der lügt, ist B ein Wargauer. Und B sagt dann wiederum, nein, C ist kein Wargauer. Wenn er sagt, nein, C ist kein Wargauer, dann ist C ja ein Lügner. Und das würde bedeuten, welche Kühe lügen. Tippe ihre Buchstaben an, um die Lügner mit einem X zu markieren. Also A, C und E sind Lügner. A, C, E. Ich hoffe es. Ja, schön. Schön hat es doch funktioniert. So, ganz genau. Die Kühe A, C und E sind Schwindlinger. Wenn man eine Kuh versuchshalber als Wargauer oder Schwindlinger definiert und dann die Aussagen durchgeht, so erkennt man, dass A, C und E entweder Lügen oder die Wahrheit sagen müssen. Okay. Und da das Rätsel besagt, dass drei der Kühe... Okay, gut. Hast du damit... Ach so, dann hätte ich das auch vorhin einfach... Hätte ich das gar nicht nochmal durchgehen müssen. Hätte ich das einfach so machen können. Aber okay. Trotzdem gelöst, es sieht ganz so aus, als hätten diese beiden Schönheiten hier vor dem Fest die Plätze getauscht. Damit sollte der Streit erledigt sein. Oh ja, schaut nur, diese Statur, dieser satte Glanz, der tiefsinnige Blick, das ist meine. Kein Zweifel. Dann sind Sie nicht mehr sauer? Sauer? Ich bin überglücklich. Jetzt, da ich meine Wunderkuh wieder habe, gehört die blaue Schleife so gut wie mir. Danke. Oh, Luke, du kannst wirklich gut mit Tieren umgehen. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Uh, seht man, ihr zwei, die Preisrichter verkünden die Siegerin. Und die Siegerkuh der diesjährigen Miss-Dropstone-Rinder-Konkurrenz ist... Ja, total schockiert. Oscars rassige Paradeschönheit. Mulene. Moment mal, meine wunderschöne Glamour hat nicht den ersten Platz belegt. Zu schade, dass du die Kühe wieder umgetauscht hast, Melk. Sonst wärst du jetzt der Sieger, was? Das, das ist doch... Schiebung. Der ganze Wettbewerb ist gekauft. Schiebung, sage ich. Wenn man bedenkt, dass er nur verloren hat, weil er sich seine Kuh zurückgeholt hatte? Ja, es läuft im Leben nun mal nicht alles nach Plan. Stimmt, Professor. Dabei fällt mir ein, sollte hier nicht auch Sir Anderson anwesend sein? Bei all den Menschen dürfte es schwierig werden, ihn ausfindig zu machen. Sehen wir uns mal um. Okay. So, wen haben wir... Ach, er ist auch wieder hier? Er ist auch wieder hier. Können wir jetzt hier irgendwie rumklicken und... Wo ist der Anderson? Welcher soll das jetzt sein? Ah, ihn können wir auf jeden Fall anquatschen. Lopez, ihr, habt ihr hier das Sprichwort Kleidermachen-Leute gehört? Falls das stimmt, dann seid ihr zwei feine Leute. Hier, was sagt ihr zu diesem adretten Rätsel? Kleidertausch für 30 Pikarat. Okay, ich hoffe, wir bekommen das noch hin in dieser Folge. Herr A, Herr B und Herr C tragen je eine charakteristische Farbe. A trägt Rot, B trägt Blau, C ist stilbewusstes Weiß. Sie verbinden sich die Augen und spielen Kleidertausch. Danach nehmen sie die Augenbinde ab und sagen folgendes. Alle tragen zwei verschiedene Farben. Huch, nur Herr C hat jetzt keines seiner ursprünglichen Kleidungsstücke mehr an. Und C sagt, äh, steht mir diese rote Hose. Tippe auf Hemden und Hose und kleide die Herrschaften gemäß ihrer Aussagen ein. Ach so, okay. Also nur Herr C hat jetzt keines seiner ursprünglichen Kleidungsstücke an. Wie kann ich das machen? Ah, ach so, okay. Okay, also C hat nichts seiner ursprünglichen... Pass auf, dann machen wir das mal so um. Äh, nee, Quatsch. So, und C sagt... Ach so, C sagt, steht mir diese rote Hose. So, das heißt, er hat ein blaues T-Shirt oder wie? So, alle tragen zwei verschiedene Farben. Also hier haben wir die weißen Sachen. Ah, nee, das hier muss ja dann... Nee, Quatsch. Quatsch. Danach nehmen sie die Augenbinden ab. Die Frage ist... Nee. Nur Herr C. Nur Herr C hat jetzt keines seiner ursprünglichen Kleidungsstücke mehr an. Das bedeutet, die anderen beiden haben ursprüngliche Kleidungsstücke an. Und da er die rote Hose anhat, kann er nur das rote T-Shirt anhaben. Und er die blaue Hose, dann ist das so richtig, würde ich jetzt sagen. Nun die Probe auf Exempel. Ah, schön. Gut, gut, das lief doch gut. Ganz famos. Ganz famos. Wie süß die sind. Stilsicher. Du weißt, dass nur Herr C. keines seiner ursprünglichen Kleidungsstücke trägt, also weder das weiße Hemd noch die weiße Hose. Du weißt auch, dass er die rote Hose anhat, also muss sein Hemd blau sein. Da sowohl A als auch B ihr eigenes Hemd oder ihre eigene Hose tragen, muss A also das rote Hemd und B die blaue Hose anhaben. Damit musst du bloß noch die verbleibenden Artikel verteilen. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn Hemd und Hose nicht zusammenpassen. Das ist Moderegel Nummer 1. Nummer 2? Pailletten gehören verboten. Aber mit dem Anzug liegst du genau richtig, Kumpel. Damit lässt sich kein Türsteher draußen stehen. So, vielen Dank. Ich würde aber sagen, das war es jetzt für diese Folge. Beim nächsten Mal finden wir hoffentlich den Sir Anderson. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.